Joana, hörst du mich? Die Energiewerte aus dem Kolosseum sind über die Skala hinausgeschossen. Zang Li hat den Kral aktiviert. Du musst Zang Li stoppen. Glaub ihm kein Wort. Vergiss nicht, letztlich trägt er die Verantwortung für den Tod deines Vaters. Er schätzt nur sein eigenes Leben. Man darf ihm die Macht des Krales auf keinen Fall überlassen. Du musst Zang Li ausschalten, während wir die Verstärkung von Data dein aufhalten. Gott sei mit dir, Joana. Und viel Glück. Chandra! Meister Li, der Kral und seine Macht. Wie versprochen. Jetzt meinen Lohn, Meister. Miss Sika, mein Kind. Du hast mir treu gedient, aber ich brauche noch ein Opfer von dir. Deine Lebenskraft für die Geburt eines Gottes. Zang Li! Hier ist Endstation! Du! Du arbeitest jetzt für das Institut? Carrington hatte recht. Sie können den Kral nicht kontrollieren. Das kann ich wohl. Das kann ich wohl. Kr II arc DU. Sprengfark! Ramadan war so. Grüttamba. Es ist ein gutes Problem. Nein, kein Schmerz! 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 Verschone mich! Sorry! Nein, nicht so! Alles, was ich tat, war nur, damit ich leben konnte! Ich habe ein Imperium gegründet! Ich wurde ein Gott! Aber Imperien zerfallen. Und Götterstatuen werden zu Staub! Wir sind nur Schatten, die in der Nacht wandeln. Ich bin Schmerz! 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 Alles okay? Ein Aspirin-Cam jetzt gut! Na, Boss? Wie war ich? Perfekt! Ich bin Schmerz! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020